Es gibt genug Parkplätze hier innen drin. Dann gibt es hier die Rezeption und unten die Waschräume. Überall steht natürlich Sanitizer. Hier kann man überall die Temperatur gemessen. Das ist unten ein Waschraum. Hier oben geht es dann zur Nachschutzwürste. Hier zu einigen von den anderen Zimmern. Das heißt, es kann man bei den tollen Ausbringern. Und so ein kleines. Das ist hier. Ein bisschen ein bisschen was checken. Hier können wir hier hinzu gehen. Das ist hier sehr schön. Das ist die Hände, das ist meine Hände und alle, die hier im Moment gesitzt sind. Und dann geht's weiter. Das ist das Familiezimmer, mein erstes Zimmer und Nummer 2, unser Zimmer. Das ist tatsächlich die absolut beste Aussicht. Das zeige ich euch gleich mal. Bis zum nächsten Mal.